Musik Hi, wir sind Lea und Michael und wir gehen in die 8. Klasse der Regenschule OPPOCK und wir haben eine Nachricht für euch. Hallo liebe Fangemeinde, wir sind über 250 Schüler hier in unserer Schule in OPPOCK. Für uns die beste Schule, die es gibt. Weil wir viel Zeit verbringen, möchten wir uns natürlich auch wohlfühlen. Und Kinder müssen neben dem eigentlichen Lernen sich auch einfach mal ordentlich bewegen und rumteulen. Und genau dafür brauchen wir eure Hilfe. Für unseren Schulhof wünschen wir uns zwei wetterfeste Tischtennisplatten. Und zwei coole Basketballkörper. Auch unseren Schulhof würden wir gerne ein bisschen hübscher und ein bisschen sicherer machen. Als Schule können wir so etwas selbst leider nicht bezahlen. Deswegen brauchen wir euch. Werdet unser Fan und helft uns mit deiner Spende. Egal wie viel, jeder Euro kommt an. Versprochen. Danke.